Geldbeträge kann man auf unterschiedliche Art und Weise notieren. Wie das geht erfährst du in diesem Video. Du kannst dabei sogar selber mitmachen und aktiv werden. Ich werde im Lauf des Videos immer wieder Fragen stellen und wenn du dieses Zeichen hier eingeblendet siehst, dann drück einfach kurz auf Pause und überlege dir eine Antwort auf meine Frage. Drücke dann wieder auf Play und hör dir meine Antwort auf meine Frage an. Nimm dir am besten gleich ein kariertes Blatt Papier und einen Stift zu handeln, damit du mitmachen kannst. Viel Spaß dabei! Nehmen wir einmal diesen Geldbetrag. Wie viel Euro und Cent liegen hier? Hier liegen 3 Euro und 21 Cent. Wenn wir nun diesen Betrag nur in Cent angeben möchten, müssen wir einfach nur die Euro in Cent umwandeln. Weißt du welchen Wert in Cent die 3 Euro Stücke haben? Jedes Euro Stück ist genau 100 Cent wert. Es sind umgerechnet also 300 Cent. Kannst du nun sagen wie viel 3 Euro und 21 Cent in Cent umgewandelt sind? 3 Euro und 21 Cent sind umgewandelt 321 Cent. Wir können die 3 Euro und 21 Cent aber auch in Komma-Schreibweise notieren. Das ist auch nicht schwer. Das Komma trennt die Euro von den Cent. Kannst du sagen wie die Kommazahl heißt? Die Kommazahl heißt 3,21 Euro. Die Ziffern hinter dem Komma werden einzeln ausgesprochen. Wenn wir so eine Kommazahl auf einem Preisschild sehen, sagen wir aber 3,21 Euro. Merke dir, wenn wir einen Geldbetrag in Komma-Schreibweise notieren, steht als Einheit immer Euro dahinter. 3 Euro und 21 Cent sind also umgewandelt 3,21 Euro oder 321 Cent. Zur Umwandlung von Geldbeträgen können wir eine Hilfstabelle benutzen. In dieser Tabelle gibt es eine Spalte für Euro und eine Spalte für Cent. Bei der Linie zwischen der Euro-Spalte und der Cent-Spalte kannst du dir immer das Komma denken. Die Euro-Spalte und die Cent-Spalte sind dann nochmals unterteilt. Schauen wir uns die Cent-Spalte etwas genauer an. Da 100 Cent den Wert von einem Euro haben und ich ab einem Euro dann auch die Euro-Spalte brauche, kann ich hier in der Cent-Spalte höchstens 99 eintragen. Wir haben unter Cent also eine 10er und eine 1er-Spalte. Drücke nun kurz auf Pause und zeichne diese Tabelle einmal ab, damit du damit üben kannst. Versuchen wir einmal diesen Betrag in die Komma-Schreibweise und in die Cent-Schreibweise umzuwandeln. Welcher Geldbetrag liegt hier? Hier liegen 9,99 Euro. Die 9 Euro trage ich natürlich unter Euro ein. Hier schreibe ich die 9 in die 1er-Spalte. Die 99 Cent trage ich natürlich unter Cent ein. Kannst du sagen, wie der Betrag in der Komma-Schreibweise lautet? Zu 9 Euro und 99 Cent kann ich auch 9,99 Euro sagen. Und wie würde der Betrag in der Cent-Schreibweise lauten? Es wären 9,99 Cent. Hier liegen 10 Euro und 1 Cent. Wo trage ich die 10 Euro jetzt ein? Die 10 Euro trage ich unter Euro ein. Wo trage ich den einen Cent ein? Den einen Cent trage ich unter Cent in die 1er-Spalte ein. Und was steht nun unter Cent in der 10er-Spalte? Hier trage ich einen 0 ein. Wie lautet die Komma-Zahl? Die Komma-Zahl lautet 10,01 Euro. Und wie viel Cent sind das? Es sind 1001 Cent. Hier liegen 5 Euro und 5 Cent. Kannst du diese Angabe in eine Komma-Schreibweise umwandeln? 5 Euro und 5 Cent sind umgewandelt 5,05 Euro. Wie viel Cent sind das? Es sind 505 Cent. Hier liegen 20 Euro und 89 Cent. Kannst du diese Angabe in eine Komma-Schreibweise umwandeln? 20 Euro und 89 Cent sind umgewandelt 20,89 Euro. Wie viel Cent sind das? Es sind 2089 Cent. Hier liegen 22 Cent. Man kann dazu auch 0 Euro und 22 Cent sagen. Kannst du diese Angabe in eine Komma-Schreibweise umwandeln? 22 Cent sind umgewandelt 0,22 Euro. Wenn du nun einen Cent-Betrag in die Komma-Schreibweise umwandeln willst, kannst du die Tabelle auch benutzen. Schreibe dazu den Cent-Betrag einfach in die Tabelle. Wenn der Cent-Betrag kleiner als 100 ist, dann schreibe unter Euro in die einer Spalte einen 0. Jetzt kannst du den Betrag in Euro, also in der Komma-Schreibweise angeben. Du kannst dir beim Umwandeln in eine Komma-Zahl aber auch einfach merken, dass die Ziffer an der 1er Stelle und an der 10er Stelle immer hinter dem Komma bei der Komma-Zahl stehen. 293 Cent sind umgewandelt in die Komma-Schreibweise 2,93 Euro. 1512 Cent sind umgewandelt in die Komma-Schreibweise 15,12 Euro. Zum Schluss noch ein kleiner Test, damit du prüfen kannst, ob du verstanden hast, was ich gerade erklärt habe. Wenn deine Ergebnisse oft nicht stimmen, dann sieh dir das Video am besten noch einmal von vorne an. Gib die 133 Cent in der Komma-Schreibweise an. 133 Cent sind umgewandelt 1,33 Euro. Gib die 2,56 Euro in Cent an. 2,56 Euro sind umgewandelt 256 Cent. Gib die 8 Cent in Komma-Schreibweise an. 8 Cent sind umgewandelt 0,08 Euro. Gib die 9 Euro und 9 Cent in Cent an. 9 Euro und 9 Cent sind umgewandelt 909 Cent. Gib die 89 Cent in der Komma-Schreibweise an. 89 Cent sind umgewandelt 0,89 Euro. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zusehen und Mitmachen und hast etwas Neues dabei gelernt. Ich schmeich ja auch für eine neue Droge an. 9 Euro. 10 Euro undورasieren. 10 Euro.